Wir müssen, nein, wir dürfen heute über ein ganz großes automobiles Stammtischthema reden. Und zwar, populärwissenschaftlich ausgedrückt, wann wird Autofahren grün? Jetzt könnte man sagen, hängt von der Autofarbe ab. Nein, wir können das natürlich präziser ausdrücken. Es geht hier um den CO2-Ausschluss, es geht hier um Treibhausgase. Und es geht ganz einfach um die Frage, welches Autoantriebssystem stößt, ganzheitlich betrachtet. Das heißt, Produktion, Nutzung und auch Ende des Autos am wenigsten Treibhausgase aus. Und das schauen wir uns heute an, und zwar auf der Basis dieser VDI-Studie hier. Das ist ein ordentlich dicker Wälzer, da haben 25 Leute lange dran gearbeitet. Die werden wir auseinanderdröseln und uns am Schluss anschauen, was da rauskommt. Und da sind ganz viele Zahlen drin und ganz viele Ergebnisse. Und das finde ich alles spannend. Und deswegen, das wird gut. Wir fangen erstmal mit dem Auto an. Und zwar mit dem Modell. Es ist nicht unbedingt ein Golf 5, den habe ich einfach nur hier rumstehen gehabt. Sondern es ist die Kompaktklasse, die miteinander verglichen wird. Jetzt können schon die Ersten kommen und können sagen, ja, Moment, die meistverkaufte Klasse bei Neufahrzeugen in Deutschland und zum Teil auch weltweit ist inzwischen der SUV. In Deutschland sind es 30%. Das ist korrekt, heißt aber, dass 70% der Autos keine SUV sind. Kompaktklasse-Fahrzeuge selbst und Mittelklasse, das ist immer noch die verkaufsstärkste Klasse. Und die Kompaktklasse hat den größten Bestand. Wir reden in Deutschland von fast 12 Millionen Kompaktklasse-Fahrzeugen in Bestand. Das ist fast jedes vierte Auto, was in dieser Klasse spielt. Und deswegen haben sich die Ersteller dieser Studie darauf geeinigt, die Kompaktklasse zu nehmen. Und welche Autos nimmt man da? Also, man möchte Elektroautos abdecken. Mit einem kleineren und einem größeren Akku. VW ID.3, 62 Kilowattstunden Akku und 82 Kilowattstunden Akku. Ganz wichtig, kompletter Energieinhalt. Nicht bloß der nutzbare Energieinhalt, sondern komplett, weil es muss ja die komplette Batterie auch produziert werden und nicht bloß der nutzbare Energieinhalt. Also, das ist schon mal dabei. Dann ist der Golf 8 dabei als Diesel und er ist dabei als Benziner Plug-in-Hybrid. Dann ist ein Toyota Corolla dabei. Damit haben wir My-Hybride und Vollhybride abgedeckt. Und dann ist auch noch ein Ford Focus dabei als Otto-Motor. Und zwar einfach ein kleiner 1 Liter Dreizylinder. Und die werden miteinander verglichen über verschiedenste Szenarien hinweg. Und wie lange werden die denn verglichen? Naja, die Ersteller der Studie haben sich darauf geeinigt, dass es eine Laufzeit von 200.000 Kilometer ist. Das ist eine typische Laufzeit für ein Auto. Im Idealfall hält es sogar noch ein bisschen länger, was nicht schlecht ist. Und dafür haben sie 15 Jahre angenommen und pro Jahr werden 13.333 Kilometer damit gefahren. Und das ist ungefähr im Rahmen dessen, was auch in Deutschland durchschnittlich pro Auto, pro Jahr gefahren wird. Und dann muss man sich noch angucken, was wird denn da überhaupt verglichen? Geht es nur um CO2-Ausstoß? Ne, da steht dieser große Begriff THG, das heißt Treibhausgas. Und Treibhausgase sind eben nicht nur CO2, wobei die den dominanten Anteil annehmen, sondern das kann auch Methan sein. Und Methan liegt in einem Bereich der Klimawirksamkeit, wenn es entweicht, von über 30 Mal mehr als CO2. Und auch das entsteht bei der Produktion oder Nutzung des Autos und das alles wird mit reingenommen. Wer sich jetzt übrigens fragt, wieso hier kein Wasserstofffahrzeug drin ist, Brennstoffzelle, kann ich Ihnen ganz klar sagen, das Thema Wasserstoff im Autobereich, Brennstoffzelle, steht auf ganz, ganz wackeligen Beinen. Und deswegen haben sich die Ersteller der Studie auch entschieden, das nicht mit reinzunehmen und sie auch nicht noch komplexer zu machen, wenn man noch andere Gasvarianten mit reinnimmt. Man wollte vor allem im relevanten Bereich bleiben. Und jetzt gucken wir uns mal die allgemeinen Produktionsbedingungen an. Wieso habe ich da jetzt gerade einen Chart der Batterieproduktion in unterschiedlichen Ländern? Weil die Batterieproduktion, das werden wir auch gleich noch sehen, der entscheidende Energie- und auch CO2-Ausstoßfaktor schlechthin ist, in der Autoproduktion. Das ist sehr, sehr wichtig zu schauen, wo wird die Batterie denn überhaupt hergestellt. Ich habe einfach mal ein paar Beispiele hier genommen, zum Beispiel dieser Akku-Pack hier, wo ist der hergestellt? In, oh je, jetzt wird es schwierig, das auszusprechen. Guangdong, China, genau, und das ist eben China. Das ist der ganz, ganz große Batterie- und Zellproduzent auf der Welt. Das haben sie unglaublich clever gemacht, da haben sie sich ein Monopol geholt. Und Kettel alleine, der größte Batterieproduzent der Welt, produziert für sich gesehen mehr Zellen als der gesamte nicht-chinesische Rest zusammen, um die Dimensionen mal abzufangen. Und dann kommt noch BYD und dann kommen noch viele andere dazu. Also China ist ein Gigant und die meisten Autobatterien kommen eben daher. Und auch die, die wir bei dem Vergleichsauto haben. Und deswegen ist China genommen worden, auch mit seinem CO2-Ausstoß. Man hätte als Produktionsstätte noch Frankreich nehmen können, hoher Kernkraftanteil, deswegen weniger CO2-Ausstoß bei der Produktion. Aber ist halt nicht relevant, zumindest auch für das Auto. Und man hätte auch Polen nehmen können, da ist der CO2-Ausstoß nochmal höher, weil dann der Anteil an Kohlekraftwerken nochmal höher ist. Man hätte auch nochmal darüber diskutieren können, ob man jetzt bei China nach Nord- oder Südchina geht. Je nachdem, ob man da jetzt mehr Kohlekraft oder mehr Solarkraft und drum und dran hat. Fakt ist, in China gibt es sehr, sehr viele Solarkraftanlagen, definitiv. Aber es gibt auch unglaublich viele Kohlekraftanlagen. Und der chinesische Strom ist klassisch gesehen, auch verglichen mit dem, was wir zum Beispiel in Frankreich gucken, nicht unbedingt sauber, was CO2 pro Kilowattstunde anbetrifft. Trotzdem müssen wir ihn nehmen, weil da kommen die Akkus her. Okay, auf die weiteren Produktionsbedingungen muss ich jetzt nicht detailliert eingehen. Da gibt es die klassischen Produktionsstätten für Autos, die auf der ganzen Welt verteilt werden. Da weiß man, wo die Rohstoffe herkommen und ähnliches. Das ist wichtig, aber das haben die Ersteller der Studie auch alles berücksichtigt, was entsprechend für Energie anfällt, um das herzustellen. Wir werden auch später dann sehen, dass der Energieaufwand, wenn es nur um die Karosserie des Autos geht, nicht um Antriebsstand, gar nicht so großartig differiert. Wo wir uns schon wieder eine große Frage stellen müssen, das ist beim Verbrauch. Doch, was nehmen wir denn jetzt überhaupt als Verbrauch? Was ist denn jetzt relevant? Welcher Verbrauch? Wenn man einen Verbrauch haben will, wo man wirklich hundertprozentig identische Bedingungen hat, Prüfstandsbedingungen, und das gilt auch für alle Autos, weil es muss für alle Autos durchgeführt werden, dann haben wir den WLTP. Aber wir müssen jetzt mal vergleichen. Ist der WLTP beim Verbrenner genauso realistisch wie beim Elektroauto? Hier haben wir mal den Verbrauch von ICE Vehicles, also von Internal Combustion Engine Vehicles, also Verbrennerautos, verglichen, WLTP, das ist hier diese türkisene Runde, Punkt, mit weiteren Verbrauchsszenarien. Dann sehen wir Folgendes bei Verbrenner. Hier in diesem Bereich, der WLTP liegt so ungefähr in der Mitte, das heißt, es ist überhaupt kein Problem heutzutage auf bestimmten Strecken, auf Langstrecken, Landstraße, Autobahn und Co. den WLTP zu unterbieten. Das ist mir aber bei einigen Tests auch schon ganz locker gelungen, ohne dass du so großartig schleichst. Es ist aber auch kein Problem drüber zu liegen, wenn man gerade so auf Kurzstrecke geht. Das sieht man ja hier auch, da unten hat man hier zum Beispiel den Automotor, Kurzstrecke, da liegt der Verbrauch deutlich höher als WLTP, fahre ich dagegen Landstraße, liegt der Verbrauch deutlich drunter, aber in der Mitte ist es getroffen. Das ist so die alte Weisheit, Dartscheibe 50 cm links daneben, 50 cm rechts daneben ist statistisch ins Bullseil getroffen. Wo aber schon ein großes Problem entsteht, ist sobald ein Elektroantrieb da reinkommt und ganz heftig hier zum Beispiel Plug-in-Hybrid. Der WLTP-Verbrauch, seien wir mal ganz ehrlich bei Plug-in-Hybriden, ist auch bei bestimmungsgemäßer Nutzung, da kommen wir gleich noch dazu, nicht zu gebrauchen. Der ist zu niedrig, der wird ja errechnet auf einer unrealistisch hohen, angenommenen elektrischen Fahrweise. Fakt ist, dass draußen entweder gar nicht elektrisch gefahren wird, weil irgendein Dienstwagenfahrer das Ding bekommen hat, der Steuervorteil wurde genommen und ansonsten gehen die die Dinger zum Teil zurück und es ist nie im Leben aufgeladen worden, dass es eine Katastrophe ist. Ja, dafür ist es nicht gebaut worden, dass ich ein Auto mit einem zusätzlichen elektrischen Antriebsstein mit einer großen Batterie, die in der Produktion mit der CO2 produziert, fahre und das gar nicht nutze. Sondern ich muss es ja auch nutzen und dementsprechend habe ich je nach Nutzungsart einen höheren Verbrauch. Definitiv, der ist insgesamt, kann der immer noch relativ niedrig liegen, aber schon deutlich höher. Und ich kann ganz klar sagen, dieses Thema wird adressiert. Also auch die Politiker haben verstanden, das ist schwierig, diese Differenz bei den Plug-in-Hybriden. Aber ich will auf den Plug-in-Hybriden da gar nicht so drauf rumhacken. Wer die bestimmungsgemäß nutzt und die fleißig lädt, weil er eine Wallbox zu Hause hat und weil er weiß, wie so ein Plug-in richtig sparsam fährt, der kann damit sehr, sehr niedrige Verbräuche und auch CO2-Ausstöße erreichen. Kommen wir am Schluss noch dazu. So, jetzt gehen wir auf das nächste Chart. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal WLTP im Vergleich bei Elektroautos an, wie Battery Electric Vehicles. Und dann sehen wir hier auch wieder, der türkisene Punkt, der liegt jetzt relativ weit unten. Das heißt, die Verbräuche im Schnitt sind hier weit unten, aber die Verbräuche, die tatsächlich gefahren werden, bei verschiedenen Temperaturbedingungen, auf der Autobahn, Ecotest-Landstraße, die sind meist spürbar höher. Und ganz ehrlich, Elektroautofahrer wissen das auch. Den WLTP-Verbrauch, den nimmst du und sagst, ja ist gut, aber da hau ich jetzt nochmal 20 oder 30 Prozent drauf. Und dann muss man auch ganz klar eine Sache sagen, der WLTP-Verbrauch, das wissen viele leider immer noch nicht und machen es auch immer noch falsch, gibt nicht den Onboard-Verbrauch an. Der gibt den Verbrauch an, den man Onboard verbraucht, aber plus Ladeverluste. Das heißt, eigentlich müsste ich ja sogar noch was abziehen, wenn da 16 Kilowattstunden stehen und da muss ich eigentlich noch was abziehen. Und dann sind es am Schluss, was ich 14,5 Kilowattstunden nicht Onboard verbrauche. Also das ist mein Vergleichsverbrauch und da komme ich in den seltensten Fällen hin. Da muss man auch drauf achten. Ich kann den WLTP-Wert hier zum Beispiel im Stadtbereich mit dem Elektroauto auch schon mal unterbieten. Besonders langsam gefahren auf Kurzstrecke ist das Elektroauto wirklich stark. Aber dann darf die Temperatur auch nicht zu hoch sein. Und da ist auch meine ganz klare Kritik am WLTP, als er damals erstellt worden ist, ist vor allem auch Verbrenner geschielt worden. Das ist ja auch schon einige Jahre her und Elektroautos waren ja noch nicht großartig relevant. Bei Elektroautos sieht man, dass dieser Zyklus seine Grenzen hat und dass man wissen muss, wie man mit ihm umgeht. Und die Ersteller der Studie, die wissen das, die haben nicht nur den WLTP zur Rate gezogen, sondern sie vergleichen das auch mit vielen anderen Verbrauchsmessungen, wie zum Beispiel mit dem Eko-Test vom ADAC oder auch Szenarien, wo man zum Beispiel auf der Autobahn oder auf der Landstraße ist und einen eigenen Verbrauch hat. So, jetzt sind wir noch nicht ganz durch, denn wir haben uns jetzt beschäftigt mit der Produktion des Autos, mit der Nutzung und da brauchen wir noch End of Life. Ganz lustig, da gab es irgendwie keinen deutschen Begriff für. Was nennen wir das? Wie nennen wir das denn? Ableben nennen wir es. Da ist halt die Frage, was passiert, wie wird das Auto entsorgt? Vor allem auch Recycling ist ein ganz wichtiger Punkt. Beim Recycling muss man ganz klar sagen, da gibt es natürlich schon etablierte Recyclingmethoden, wenn es um metallurgische Verfahren geht. Im Kunststoffbereich wird es schon mächtig recycelt. Nehmen wir zum Beispiel den Fisker Ocean. Da hatte ich, ich weiß gar nicht, wie viele hundert PET-Flaschen ich hingelegt habe, weil viele Teile in dem Auto aus alten PET-Flaschen hergestellt worden sind. Interieurteile. Das ist auch der richtige Weg, dass wir den gehen. Wo noch ein Fragezeichen dran ist, ist, wie gehen wir mit den Akkus um? Denn es gibt grundsätzlich bei der EU eine Altbatterieverordnung, die besagt, dass bis 2027 50% des enthaltenen Lithiums recycelt werden muss und bis 2031 müssen es sogar 80% sein, aber 2027 und 2031 sind noch ein bisschen hin und man ist sich in der Industrie noch nicht ganz einig darüber, wie das großindustriell dargestellt wird. Denn es gibt doch keine wirklich großindustrielle Recycling. Es gibt schon Recyclinganlagen, definitiv, habe ich mir selbst schon angeguckt. Die funktionieren auch. Ich war beim Fraunhofer-Institut, habe dort ein spezielles Verfahren gesehen, das mit so Druckwellen arbeitet und angeblich über 90% rausholt. Super, kein Thema, aber es ist noch nicht großindustriell, weil es auch noch nicht genug Akkus gibt, die recycelt werden müssen. Ein Großteil der Akkus geht ja auch zum Teil, also der alten Akkus, geht zum Teil nochmal in die Strompufferung hinein. Fakt ist, Recycling ist noch ein Riesenthema. Und was auch ein Riesenthema ist, ist wie komplex der ganze Bereich ist, der hier betrachtet werden muss. Wir reden hier über 28 Einzelkomponenten, die hier stehen. Die mussten bei der Erstellung der Studie alle berücksichtigt werden. Und zwar alle mit ihren verschiedenen Varianten. Da gibt es ja nicht nur die eine Wahrheit für den bestimmten Bereich, sondern da gibt es unterschiedliche Wahrheiten. Da gibt es, für den einen kann es an der einen Produktionsstätte so sein, an der anderen Produktionsstätte kann es so sein. Was ist beim Kraftstoff? Ich kann ja nicht nur betrachten, was aus dem Auspuff rauskommt. Das ist ja auch noch wichtig, wie mein Kraftstoff hergestellt wird. Da fällt ja auch nochmal CO2 an. Das alles wurde berücksichtigt. Aber man sieht, es ist unglaublich komplex, das Ganze zu fassen. Deswegen komme ich da gleich nochmal drauf zurück. Wir gehen erstmal nochmal aufs nächste Chart. Weil das so komplex ist, kannst du eben nur sehr schwer eine eindeutige Antwort geben. Du musst verschiedenste Ansätze machen. Und die VDI-Studie wurde unter zwei Ansätzen produziert. Und zwar das eine ist der Mittelwertansatz, das andere ist der Marginalansatz. Und da geht es ganz speziell um die Stromherstellung. Ganz speziell auch um die Nutzung bei Elektroautos, weil das so ein wichtiger Punkt ist. Der Mittelwertansatz ist für mich der klügste Ansatz. Und zwar, dass man sich einfach anschaut, wie viel CO2 pro Kilowattstunde wird in Deutschland denn im Mittelwert ausgestoßen. Die Idee ist ja ganz einfach. Man hat verschiedenste Produktionsmethoden. Was weiß ich, Solar, Kohle, drum und dran, Kernkraft ist ja ausgefallen. Und der ganze Stromluft in einen großen Stromsee hinein und wird dann verteilt. Und dabei fallen CO2-Emissionen an und da gibt es einen Schnitt. Der Schnitt ist zum Beispiel für das Jahr 2021 bei 420 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Hier steht bei Erdgas nochmal 422 Gramm CO2, das ist spooky eng beieinander. Und falls jetzt einer sagt, ja aber Moment, ich habe doch eine Solaranlage auf dem Dach. Man ist doch viel niedriger. Ja, der Natur ist aber deiner einzelnen Solaranlage erstmal egal. Die interessiert erstmal nur, was im Schnitt über alles ausgestoßen worden ist. Und auch das ist übrigens in der Studie noch mit drin. Wir sehen das auch hier, den Solaransatz mit 96 Gramm CO2, niedrig. Es geht sogar noch niedriger mit Windkraft- und Offshore-Anlagen, die gehen noch niedriger. Oder aber den Ansatz, den besonders pessimistischen Ansatz mit Braunkohle. Dann sind es nämlich über 1 Kilogramm. 1,1 Kilogramm pro erzeugter Kilowattstunde. Das ist eine Menge. Es ist nicht so einfach mit der Energiewende. Wenn wir einen stabilen Strom haben wollen, müssen wir zur Zeit noch mit sehr, sehr vielen Energieträgern arbeiten. Und damit auch je nach Tag und Jahreszeit und wetterlicher Situation eben mal mit schlechteren Bedingungen. Und diese schlechteren Bedingungen sind auch hier aufgenommen worden in dem Marginalansatz. Das ist der grüne Punkt hier oben. Das heißt, wir haben keine optimalen Bedingungen für Strom in Deutschland. Jetzt zum Beispiel sind gerade überhaupt keine optimalen Bedingungen. Es regnet draußen, es ist Winter, da müssen die klassischen Kraftwerke noch mächtig laufen, da haben wir einen höheren CO2-Ausstoß. Das wird sich im Sommer wieder drehen. Für mich besonders entscheidend ist gerade dieser Mittelwertansatz, weil ich den einfach für am sinnvollsten halte, weil er statistisch den wertvollsten Wert liefert. Und man kann das ein bisschen so vergleichen, als würde jetzt jemand zu mir kommen und würde sagen, du Alex, wie lange fährst du denn von Meerbusch nach München? Das sind ungefähr 630 Kilometer. Dann sage ich, naja, im Schnitt dauert es wahrscheinlich 6 Stunden. Im Schnitt auf deutschen Autobahnen liegt bei 106 kmh. Das ist der Mittelwertansatz, der in den meisten Fällen sogar passen wird. Aber ich kann auch sagen, naja, ganz ehrlich gesagt, es kann auch viel länger dauern. Mit schlechten Bedingungen kann es auch mal 6, 7, 8, 9 Stunden dauern. Marginalansatz. Beide muss man nennen, aber entscheidender ist der Mittelwertansatz. Ich habe es ja bei der Batterie eben mit einer Kathode und einer Anode zu tun. Populärwissenschaftlich spricht man von Plus- und Minuspol. Das kann aber elektrochemisch auch wechseln. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber deswegen sagen wir einfach Kathode und Anode. Und bei der Kathode habe ich halt N, Nickel, M, Mangan und C für Kobalt. Kobalt, da werden jetzt viele zucken, weil Kobalt gilt als sehr kritisches Material aufgrund der Herstellung, also der Gewinnung, Kinderarbeit und Co. Die Wege sind nicht zum Teil richtig nachvollziehbar. Könnte man ein eigenes Video darüber machen. Fakt ist, der Kobaltanteil in den Akkus muss runter. Und der sinkt auch inzwischen. Also wir hatten früher Akkus NMC in einer Verteilung 433, das heißt 40% Nickel, 30% Mangan, 30% Kobalt. Das ist dann auf 622 runtergegangen. Und inzwischen sind wir bei vielen Akkus auf 721, wie zum Beispiel im ID.3 Akku. Wir sind aber sogar bei modernen Akkus sogar schon im Bereich 811, das heißt 80% Nickel und nur 10% für Mangan und Kobalt. Wobei das gerundete Werte sind. Und diese Batterien, diese Nickel-Rich-Batterien, die kommen auch immer mehr, gerade in teuren Autos. Die sind zwar theoretisch ein bisschen sicherheitskritischer, aber auch das könnte ein eigenes Video füllen. Aber vor allem sind sie von der Energiedichte nochmal deutlich besser. Und die Energiedichte hat eben spürbar zugenommen. Fakt ist, 721, hier steht es auch, ist der Akku, der gewählt worden ist. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, was in so einem Akku drin ist, an Materialien, dann ist das natürlich verdammt viel. Also diese ganze Farbreihe hier, da kannst du mehr als einen Grundschul-Malkasten mit füllen. Das ist schon sehr komplex. Und wenn wir das auch mal sich anschauen, das Dunkle hier ist der CO2-Gesamtausstoß bei der Produktion eines Akkus. Alles, also Zellen plus Peripherie. So, dann kann man das Ganze schon mal aufteilen in größere Bereiche. Man nimmt den türkisen Bereich, das ist nur die Zelle. Die Zelle wiederum kann man wieder aufteilen in Kathode und Anode. Und dann sieht man hier, dieser Kathodenbereich, der ist besonders groß. Also dafür brauche ich besonders viel Energie. Und wieso man dafür besonders viel Energie braucht, das wird auch noch ein Thema unserer Besprechung jetzt werden. Jetzt können wir erstmal zu einem ganz, ganz wichtigen Chart. Das wird viele stark interessieren. War auch für mich erstmal das spannendste Chart. Und zwar, wie viel CO2 fällt dann bei der Produktion einer bestimmten Antriebsart, eines bestimmten Autos an? Dann haben wir hier die Unterscheidung. Eben, das geht vom automotorischen Verbrenner, Diesel, Malt-Hybrid, über Vollhybrid, Plug-in-Hybrid bis zu den Elektroautos. Und man sieht ganz klar, das ist ein klassischer Verbrenner. Aber mit einem nicht so aufwendigen Motor, der hat den geringsten CO2-Ausstoß. Nur mal zum Lesen der Grafik hier. Wir haben ja zwei verschiedene Farbbereiche, grün und blau. Und das Blau steht für den sogenannten Kleider. Ich musste auch erstmal gucken, was ein Kleider ist. Also, ich wusste jetzt nicht, ist das was Anstößiges oder ist das einfach nur eine Karosserieart? Ach, jetzt ist er aber sehr groß geworden. Und es ist wirklich damit alles am Auto gemeint, was nicht direkt mit dem Antrieb zu tun hat. Also nicht mit dem Motor, nicht mit der Kraftstoffspeicherung und auch nicht mit dem Abgasstrang, sondern nur das, was halt über die Straße gleitet. So kann man sich das vorstellen. Und dann sieht man, dass die Unterschiede hier nicht großartig sind. Also zwischen jetzt einem verbrennungsmotorischen Auto und einem Elektroauto gibt es zwar kleine Unterschiede. Das Elektroauto hat etwas höheren CO2-Ausstoß, wenn es nur um die Karosserie geht, weil es meistens aufwendiger ist, auch den Akku zu integrieren und drum und dran. Aber die Unterschiede sind nicht riesig. Groß werden die Unterschiede dann erst im Antriebsstrang. Und das können wir uns jetzt mal anschauen. Beim Verbrenner ist es sehr wenig, nur 1,2 Tonnen. Also Verbrenner, automotorischen Verbrenner nur 1,2 Tonnen bei der Herstellung. Beim Diesel ist es schon deutlich mehr, mehr als doppelt so viel, 2,7 Tonnen. Wieso? Weil der Dieselmotor insgesamt komplexer zu fertigen ist als ein klassischer Automotor. Man wird erstaunt sein, wie günstig man heutzutage einen Standard-Vierzylinder herstellen kann. Da reden wir in der Herstellung wirklich von dreistelligen Werten. Also das ist nicht teuer, das ist Massenproduktion. Der wird halt millionenfach rausgehauen, dann kannst du den relativ günstig herstellen, weil es auch nicht so komplex ist. Beim Diesel ist das was anderes. Da habe ich schon ein komplexeres Einspritzsystem, komplexere Pumpen. Ich habe eine viel aufwendigere Abgasnachbehandlung mit dem SCR-System, auch die Rußnachbehandlung. Das alles sorgt dafür, dass er eben deutlich mehr CO2 ausstößt. 2,7 Tonnen. Die Hybrid-Varianten liegen dann immer ein bisschen über den vergleichbaren, reinen Verbrenner-Varianten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier den Malt-Hybrid nehme, da habe ich ja nur einen Riemen-Starter-Generator, sehr einfach ausgeführt. Dann liegt er halt 0,2 Tonnen über dem reinen Verbrenner-Otto-Motor. Und da können wir uns auch bei den Hybrid-Varianten nochmal ein paar interessante Sachen angucken, die in der Studie auch drinstehen. Und zwar, wie viel die denn im Schnitt sparen. Und das ist ganz interessant. Wenn wir von einem sehr einfachen Malt-Hybrid reden, dann reden wir von einer Reduktion später bei der Nutzung. Ich ziehe das jetzt mal vor, weil es jetzt da ganz interessant ist. Reduktion bei der Nutzung von 6,6%. Das ist nicht sonderlich viel, aber das ist auch ein einfach ausgeführter Riemen-Starter-Generator. Wenn wir das Ganze dann vor dem Getriebeeingang direkt als Motor positionieren und damit nochmal eine bessere Steuerung haben, dann sind es schon 15,8%. Und wenn wir hier über die Voll-Hybrid-Varianten reden, dann reden wir von einer Verbrauchsreduktion, zum Beispiel im Startverkehr, die fast ein Viertel beträgt. Also das ist schon gewaltig und man sieht es ja auch am Toyota Prius und seinen weiteren Voll-Hybrid-Varianten. Du kannst damit sehr, sehr viel sparen. Vor allem immer im Hinblick darauf, dass in der Produktion nicht so viel mehr an CO2 ausgestoßen wird, aus einem ganz einfachen Grund, weil der Akku nicht so groß ist. Also wir reden bei den kleineren Toyota-Varianten, bei den Vollhybriden, da reden wir von ungefähr einem Kilowattstunden großen Lizzie-Millionen-Akku. Plug-in-Hybrid ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Da können wir jetzt auch mal hinkommen. Plug-in-Hybrid, wir sehen das schon, 4,5 Tonnen fällt bei der Produktion des Antriebsstrangs an. Ich habe zum Beispiel einen viel aufwendigeren elektromotorischen Antrieb und ich habe einen deutlich größeren Akku. Die Akkus gehen ja inzwischen in Größen, wie sie früher für ganze Elektroautos benutzt worden sind, das heißt 20 Kilowattstunden oder sogar mehr. Und das muss eben produziert werden und das sieht man dann da. In diesem Fall ist es nicht ganz so viel bei dem Vergleichsgolf, der genommen worden ist, aber das hängt vor allem damit zusammen, wie groß der Akku ist. Und das sehen wir dann auch bei den reinen Elektroautos, je größer der Akku ist, desto größer ist auch der CO2-Ausstoß bei der Produktion. Und hier haben wir es bei den 62 Kilowattstunden schon mit 8,1 Tonnen zu tun für den Antriebsstrang und bei den 82 Kilowattstunden mit 10,1. Und deswegen geht es auch in Zukunft darum, dass man bei der Produktion des Elektroantriebs nochmal deutlich Energie spart. Aber wie macht man das? Dafür gucken wir uns mal die Treibhausgasemissionen durch die Antriebskomponenten an. Den Anfang hier haben wir besprochen. Hier gehen wir mal in diesen besonders gelben Bereich hinein. Der gelbe Bereich hier, das ist die Batterie. Also ihr habt den Rest des Antriebsstrang beim Elektroauto mit Ladegerät, mit Elektromotor und drum und dran. Aber vor allem hier der gelbe Bereich, die Batterie, das ist der CO2-Treiber bei der Produktion. Aber wieso? Was ist denn da passiert? Was ist denn an dieser Batterie so unglaublich energieaufwendig und stehst damit so viel CO2 aus? Das ist die Kathode. Die Kathode allein macht zwei Drittel und mehr beim Energieaufwand und auch CO2-Ausstoß bei der Herstellung der Zelle aus. Nicht ganz wichtig, nicht der ganze Akku, das ist ja noch mit Peripherie, so wie hier. Ja? Sondern bei der Herstellung der Zelle. Und wieso ist das so? Das hat was mit der Produktionsmethode zu tun. Die Kathode wird nassbeschichtet. Das heißt, ich habe meine aktiven Materialien, NMC, die kommen in ein organisches Lösungsmittel hinein und dann wird da eine Paste auf meinen Träger aufgestrichen. Jetzt muss diese Paste wieder getrocknet werden. Das Lösungsmittel muss rausgeholt werden. Das Lösungsmittel hat einen sehr hohen Siedepunkt. Die atmosphärischen Bedingungen, die geschaffen werden müssen, damit das Ganze überhaupt funktioniert, die sind anspruchsvoll, brauchen auch wieder Energie. Und das alles sorgt dafür, dass unglaublich viel Energie quasi in Trocknung und ins Kochen, ins Sieden hineingesteckt werden muss. Und das kann man da machen. Man kann in Zukunft eben sich Gedanken darüber machen, wie man die Beschichtung trocken aufbringt. Das ist nicht trivial. Aber es gibt zwei Firmen, die da nach vorne geprescht sind und gesagt haben, doch, das Thema adressieren wir. Das ist Tesla, die haben das beim Battery Day verkündet. Und das ist VW, die haben auch gesagt, wir sind an der Trockenbeschichtung der Kathode dran. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um da mit dem CO2-Ausstoß runterzukommen. Und wenn wir in Zukunft trockenbeschichtete Kathoden bekommen, dann können wir da unglaublich viel Energie bei der Produktion sparen. Und dann ist auch diese Produktions-CO2-Differenz zwischen dem reinen Verbrenner oder Verbrenner-Hybriden und dem Elektroauto nicht mehr so groß. Man muss das Elektroauto sich auch beim Fahren nicht mehr so anstrengen, damit es in diesen Bereich kommt. Schauen wir uns ganz speziell für das Elektroauto nochmal den Unterschied zwischen dem Mittelwert und dem Marginalansatz an. Denn für den Verbrenner spielt es quasi keine Rolle, ob man den einen oder anderen Ansatz macht. Aber für das Elektroauto, bei der Nutzung, gibt es hier einen riesigen Unterschied, je nachdem, was ich da für den Strom nutze. Und das können wir uns in diesem Vergleich hier mal sehen. Und da sehen wir vor allem eines. Im Bereich der Produktion des Gliders ändert sich logischerweise nichts, weil der wird zu dem Zeitpunkt produziert. Und ob ich da jetzt einen größeren oder einen kleineren Akku reinbaue, ist jetzt nicht so der riesen Unterschied. Zumindest auch beim ID.3. Das Auto bleibt ja ansonsten identisch. Für die Batterie ändert sich bei den verschiedenen Ansätzen auch nichts, weil in der Produktion, klar, brauche ich für die größere Batterie mehr Energie und damit auch einen höheren CO2-Ausstoß. Aber ob Mittelwert- oder Marginalansatz bei der Produktion selbst, tut sich da nichts. Bei der Nutzung tut sich aber gewaltig was. Und da reden wir hier über Faktor 2 oder mehr als Faktor 2. Wir haben hier beim Marginalansatz für die Nutzung 89 Gramm CO2 pro Kilometer. Beim Mittelwertansatz sind es nur 42 Gramm CO2. Und dann kommen wir am Schluss eben auf Werte, zum Beispiel 179 Gramm CO2 für den großen Akku pro Kilometer an CO2-Ausstoß. Und insgesamt nach dem Marginalansatz, Mittelwertansatz, sind es deutlich weniger, 131 Gramm CO2. Und jetzt wird der eine oder andere bestimmt entweder stutzen oder schon schimpfen und wird sagen, ja, aber wieso steht denn da in den Werbeprospekten 0 Gramm CO2 unter den Elektroautos drunter? Das hat einen ganz einfachen Grund, weil die Hersteller dort nur angeben müssen, was direkt bei der Nutzung des Autos anfällt. Aus dem Auspuff. Alles andere wird ausgeblendet. Das ist natürlich gerade im Elektroautos noch viel, viel weniger als nur die halbe Wahrheit. Aber es ist erstmal die Prospektwahrheit. Und auch für den Verbrenner ist das nicht korrekt. Denn auch wenn aus dem Verbrenner hinten aus dem Auspuff nur so und so viel Gramm pro verbrannten Liter Kraftstoff rauskommt, muss der Kraftstoff ja vorher hergestellt werden. Und da ist dann auch schon CO2 angefallen. Und für beide gilt natürlich, sie müssen beide produziert werden, ist auch CO2 angefallen. Deswegen finde ich diese Angabe, sage ich ganz ehrlich, maximal irreführend. Okay, also wir wissen, dass es da schon mal große Unterschiede gibt. Und jetzt kommen wir langsam in den Bereich des Ergebnisses. Um noch mal zu verdeutlichen, was das bedeutet, wenn man den einen oder anderen Ansatz nimmt, können wir uns das für den kleinen Akku mal anschauen, über die komplette Laufzeit. Die starten am Anfang mit dem gleichen Produktionsrucksack, egal ob mit dem einen oder anderen Ansatz. Und dann werden die gefahren. Und dann sieht man bei dem 62 Kilowattstunden Auto nach 200.000 Kilometern, wenn ich immer nur Mittelwert nehme, bin ich bei 24,2 Tonnen CO2, die insgesamt ausgestoßen worden sind. Nehme ich den marginal, den pessimistischen Ansatz, bin ich bei 33,8 Tonnen. Ich könnte auch noch den besonders optimistischen Ansatz nehmen, Solaransatz, dann wäre ich sogar unter 20 bei 19,2 oder 19,4 Tonnen CO2. Wobei ich, ehrlich gesagt, wir müssen realistisch bleiben. Der Mittelwertansatz ist sehr realistisch, der Marginalansatz ist unter bestimmten Bedingungen realistisch und der Solaransatz ist schon sehr, sehr optimistisch. Deswegen passt das schon ganz gut. Und dann sehen wir aber auch, dass das Ganze auch stark davon schwanken kann, je nachdem, wie ich das Auto einsetze. Denn hier zum Beispiel habe ich den WLTP ohne Netzverlust. Das heißt, ich habe jetzt einfach mal nicht berechnet, dass im Netz auch noch Verluste entstehen. Man muss immer überlegen, wenn jetzt hier, man kann hier aus dem Fenster rausgucken, wenn wir gleich mal sehen, da ist von Amprion eine Überlandleitung, die hat, so wie sie jetzt ausgelegt ist, einige Prozent Verluste pro 100 Kilometer Leitungslänge. Das darf man nicht vergessen. Das wird einfach in die Erwärmung von diesen Leitungen reingesteckt. Und dass wir in Deutschland endlich mal ein noch effizienteres Stromsystem bekommen, zum Beispiel mit einer Gleichstromübertragung, Hochspannungs-Gleichstromübertragung, HNÜ, der Ingenieur freut sich wieder über Abkürzung. Das wird leider noch dauern, weil das ist vielen irgendwie noch ein Dorn im Auge, obwohl wir das echt brauchen. Wir müssen effizienter werden, müssen besser speichern, müssen CO2-ärmer produzieren. Also ist noch eine Menge zu tun. Wie dem auch sei, es gibt hier auch noch verschiedenste Szenarien, wie ich das Auto nutze, ob ich es in der Stadt nutze, dann habe ich besonders wenig CO2-Ausstoß oder Land oder auf der Autobahn, dann kann es hier auch mal sehr viel werden. 40,8 Tonnen über die ganze Lebenszeit, wenn ich damit nur Autobahn fahre. Ist auch unrealistisch, aber einfach nur mal, um das gesagt zu haben. Was wir hier dran vor allem sehen, das ist dieser Raum, der sich immer ergibt. Es gibt kein Schwarz oder Weiß bei Antrieben. Es gibt vor allem immer erstmal einen Raum und er ist zum Teil ziemlich grau, weil je nachdem, wie er genutzt wird, kann der ein oder andere sich darin wiederfinden. Und es ist deswegen so schade, dass es so wahnsinnig viel Meinung gibt im Antriebsbereich und leider zum Teil relativ wenig Wissen. Und da kommen wir noch an einen ganz wichtigen Punkt. Wenn jetzt bestimmt einige schon gesagt haben, er redet da über Verbrenner und was weiß ich, was ist denn mit E-Fuels? Wieso hat er den denn nicht erwähnt? Okay, den Stand E-Fuels müssen wir uns gerade mal angucken. Weltweit betrachtet, in Relation, gibt es quasi noch keine E-Fuels. Ja, es gibt bestimmte Versuchsanlagen. Porsche hat in Chile eine aufgebaut. Es gibt auch bestimmte, ich nenne es mal recycelte Dieselvarianten. HVO, also wo ich zum Beispiel mit altem Frittenfett arbeite. Ja, das gibt es alles, definitiv. Ist auch super, unterstütze ich komplett, dass man sowas nutzt, um eben zu weniger CO2-Ausstoß insgesamt bei der Verbrennung zu kommen. Überhaupt kein Thema. Nur wir müssen uns mal die Dimensionen vorstellen. Das ist so viel im Vergleich zu einem so gewaltigen Kraftstoffmarkt. Und die große Frage ist überhaupt, ob wir das in Zukunft in einem relevanten Maße für den Autoverkehr bekommen, weil ich kriege es jetzt schon zur Zeit mit, dass jetzt schon sich über noch nicht produzierte E-Fuel-Mengen gestritten wird, für wen es denn wichtiger sei. Da sagt die Lufthansa, wir können doch nicht mit Akkus fliegen, wir brauchen das. Also das ganze E-Fuel muss zu uns. Die Schifffahrt sagt, na, so große Akkus können wir in unsere Tanker gar nicht oder in unsere großen Transportschiffe gar nicht reinpacken. Wir brauchen also die ganzen umweltfreundlicheren oder weniger umweltschädlichen Kraftstoffe. Und das ist jetzt schon ein Verteilungskampf. Und wir produzieren kaum was. Also es ist ein Marginal, was gerade produziert wird. Und deswegen muss man auch ein großes Fragezeichen machen, was in Zukunft dann daraus wird. Grundsätzlich finde ich jegliche Art von Kraftstoff, der sehr CO2-arm produziert wird, gut. Jegliche Art von regenerativen Kraftstoff finde ich super, unterstütze ich. Man muss trotzdem realistisch bleiben, was in Zukunft geht oder nicht. Und das ist der große Punkt. Ich persönlich wäre auch gern allwissend und würde euch jetzt sagen, was 2030 Phase ist. Das ist schwierig zu sagen, was jetzt Phase ist. Das kann ich sagen. Es gibt hier in Düsseldorf schon einzelne Tankstellen, die spezielle Sprite verkaufen, die einen hohen Anteil an regenerativen Kraftstoffen haben. Und damit sollen 25% CO2-Einsparung möglich sein. Aber wirklich in einem sehr, sehr kleinen Bereich. Im großen Bereich ist das zurzeit noch nicht. Und wie gesagt, da muss man auch gucken, wie das Ganze in Zukunft mit der Produktion funktioniert. Denn eines ist ganz klar, Strom, den man direkt nutzen kann, direkt an der Stelle oder direkt ins Netz einspeisen kann, ist immer besser genutzt, als den erstmal umzuwandeln in einen Kraftstoff mit großen Verlusten. Was aber wiederum sehr sinnvoll ist, ist, dass man Strom in anderen Kraftstoffarten speichert. Weil die nicht zu nutzen, das ist die dümmste Variante. Windkraftwerke nicht zu nutzen oder ganze Kraftwerke abzustellen, regenerative, weil man den Strom nicht benutzen kann, weil das Netz nicht aufnehmen kann. Das ist blöd. Also was macht man damit? Man speichert es. Und jede Speicherung, egal mit welchem Wirkungsgrad, ist besser als keine Speicherung. Das mal definitiv alles andere müssen wir uns in Zukunft anschauen. Bei dieser Studie ist jedenfalls mit Diesel gearbeitet worden, mit 7% Bio-Diesel-Anteil und mit E10, also mit 10% kann man sagen Bio-Benzin-Anteil. Und das ist jetzt gerade realistisch. Alles andere werden wir in Zukunft sehen. Dann kommen wir jetzt zum Ergebnis der Studie und der Beantwortung der Frage, welches Autoantriebssystem ist denn ganzheitlich betrachtet? Über 200.000 Kilometer Laufzeit am CO2-ärmsten. Und ich habe es ja schon angedeutet, so schwarz-weiß, wie sich viele das vorstellen, ist die Antwort nicht. Da gibt es keinen 5-0-Sieg für irgendeine Antriebsart, sondern man muss das sehr differenziert betrachten, je nachdem, was man mit dem Auto macht, welche Strecken man fährt, welche Energieart, welcher Strom genommen wird. Und da ergibt sich halt ein Ergebnisraum. Und diesen Ergebnisraum, den sehen wir hier, diese Grafik ist, das gebe ich zu, auf den ersten Blick sehr kompliziert. Ganz wichtig, hier wird nochmal unterschieden zwischen dem Mittelwert und dem Marginalansatz. Der Mittelwertansatz ist für mich der entscheidende, der wichtige Ansatz, weil das ist das, was wir eben im Schnitt in Deutschland nach Stromerzeugung sehen. Der Marginalansatz ist eher pessimistisch gerechnet. Den besonders optimistischen Solaransatz haben wir hier nicht drin, sondern für mich ist wichtig, dass wir uns auf den Mittelwertansatz konzentrieren. Und wenn wir das tun, dann haben wir hier diese beiden Punkte, diese beiden schwarzen Punkte, die stehen für den kleinen Akku und die stehen für den großen Akku. Und wir haben hier den Bereich der zum Teil oder gänzlich konventionellen Antriebe. Und dann muss man einfach nur gucken, welche schwarzen Punkte sind dann am weitesten unten. Und dann sehen wir hier, der kleine Akku, der ist am weitesten unten. Das heißt, der stößt über diese 200.000 Kilometer nach diesem Durchschnittsmittelwertansatz am wenigsten CO2 aus. Das ist schon mal gut. Ein bisschen darüber ist der größere Akku. Und jetzt kommt aber das Spannende, der Plug-in ist genau in diesem Bereich. Das heißt, ein Plug-in, richtig genutzt, mit sehr, sehr viel Elektroanteil, auch einem entsprechend großen Akku, der kann in den Dimensionen eines Elektroautos spielen. Eines reinen Elektroautos. Nicht ganz so gut wie der kleine Akku, aber er kann trotzdem in den Dimensionen spielen. Problem ist nur, wenn ich ihn nicht richtig nutze, dafür gehen wir mal diesen Balken nach oben, dann liegt er voll im Bereich dessen, was auch normale Verbrenner machen. Er ist zum Teil sogar schlechter, weil wenn ich den Elektroantrieb gar nicht nutze, dann fahre ich ihn einfach nur durch die Gegend und muss damit mehr verbrauchen, als wenn ich es tun würde, wenn ich einen reinen Verbrenner hätte. Bei den Verbrennern sehen wir dagegen, dass die Unterschiede schon da sind, aber sie sind jetzt nicht riesig groß. Wobei auch hier ist ganz klar zu sagen, wir können uns ja mal die Hybride raussuchen. Zum Beispiel hier den Full Hybrid, der auch am niedrigsten liegt von allen Verbrennern. Mit Ausnahme des Plug-in-Hybrid und aber einen sehr großen Raum hat, in dem er sich bewegt, je nachdem, wie er eben benutzt wird. Das ist die eine Wahrheit. Jetzt werden sich viele Elektrofreunde sehr freuen und werden sagen, guck da, haben wir es doch gewusst. Elektro ist am Schluss dann doch das CO2-ärmste, wenn da jetzt auch kein gigantischer Unterschied besteht. Dafür muss unser Strom noch viel sauberer werden. Und wenn wir über die Stromsauberkeit reden, dann kommen wir eben zu diesen beiden Werten hier. Das ist für die beiden Akkus, den kleinen und den großen Akku, der Ansatz marginal. Das heißt, der Strom ist eben nicht sauber, in Anführungsstrichen. Sondern wir haben eben viele, viele Tage, viele, viele Momente, wo wir mit sehr viel Kohle, Strom, mit sehr viel konventionell produziertem Strom arbeiten. Und dann liegen die Elektroautos, das muss man auch ehrlich sagen, auf einem Niveau mit den konventionellen Verbrennern. Was lernen wir daraus? Im Schnitt ist das Elektroauto über diese Laufzeit schon am CO2-ärmsten, auch mit der Produktion eingerechnet. Aber das Entscheidende ist, dass unser Strom in Zukunft viel sauberer wird. Und daran müssen wir arbeiten, weil mit der Sauberkeit des Stroms fällt auch die Sauberkeit des Elektroautos. Und man ganz persönlich hat ja auch noch einen ganz, ganz großen Einfluss. Das ist eben ein großer Unterschied, welches Auto ich fahre und wie ich es fahre, effizient oder nicht. Und für alle, denen jetzt diese bunten Balken eben ein bisschen zu komplex waren, die gerne konkrete Zahlen haben wollen, hauen wir das jetzt einfach mal raus. Und zwar CO2-Emissionen nach Produktion und 200.000 Kilometer Betrieb nach Mittelwertansatz. Also den besonders realistischen Ansatz, der für mich der entscheidende ist. Und dann haben wir für das Elektroauto mit dem kleinen Akku den niedrigsten CO2-Ausstoß mit 24,2 Tonnen. Überraschend, Plug-in-Hybrid nur 0,6 Tonnen dahinter, wenn er richtig genutzt wird. Das ist das Entscheidende. Plug-in-Hybrid ist nur dann gut, wenn man auch wirklich den Elektroanteil nutzt. Beim Diesel habe ich 33 Tonnen und beim Benziner habe ich 37 Tonnen. Wie gesagt, ist bei allem immer noch ein Ergebnisraum, je nach Nutzung gegeben. Und, damit jetzt auch alle glücklich sind, die sagen, ja Moment, ich habe aber Solar auf dem Dach. Gut, die Zahl liefern wir auch noch. Das ist quasi die positivste Variante für den Elektroantrieb. Dann liegen wir bei 19,1 Tonnen. Da sieht man, dass allein über die Stromerzeugung eben noch sehr, sehr viel rausgeholt werden kann. Aber wir sind egal wie, weit weg von 0 Tonnen. Egal was wir tun, ob wir mit Solarzellen auf dem Dach fahren, ob wir einen Ökostromvertrag haben. Trotzdem wird auch hier über alles betrachtet eine Menge CO2 ausgestoßen.